Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Bergbau-Nachrichten auf RohstoffTV. Heute mit Greenbridge Metals, Kanadregel und Viktoria Gold. Greenbridge Metals erwirbt eine Option auf eine 80-prozentige Beteiligung auf ein erstklassiges Kupfer-Nickel-Explorationsportfolio im Toulouse-Komplex in Minnesota. Das sogenannte South Contact Zone Project ist 8.460 Hektar groß und liegt im Norden von Minnesota. Es ist eines der größten unerschlossenen Mineralvorkommen der Welt, das reich an Kupfer, Nickel und anderen Metallen ist. Der Explorationsplan für dieses neue Projekt und das bereits im Portfolio befindliche Brick Chrome Putty in Ontario sieht vor, die bekannten mineralisierten Systeme zu erweitern und das außergewöhnliche Explorationspotenzial auf beiden Projekten zu nutzen. Greenbridge Metals wird sich in erster Linie auf die Grundstücksgruppe South Contact Zone konzentrieren, um bohrfertige und genehmigungsfähige Zielgebiete zu priorisieren und die luftgestützte geophysikalische Abdeckung zu erweitern. Bei Chrome Putty liegt der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Zielgebiete in der Nähe der historischen Ressource durch den Erwerb hochwertiger elektromagnetischer luftgestützter geophysikalischer Untersuchungsdaten. Neues Geld und ein Update gab Kanada Nickel bekannt. Der langjährige Finanzierungspartner Auramed hat zugestimmt, eine Überbruchungsfazilitätenhöhe von 15 Millionen US-Dollar bereitzustellen, die es Kanada Nickel ermöglicht, gut finanziert zu bleiben und seine Genehmigungsengineering- und Finanzierungsaktivitäten weiter voranzutreiben. Die Gespräche mit Abnahme- und Projektpartnern für Crawford sind im Gange und werden voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen, da man weiterhin eine Bauentscheidung für Crawford bis Mitte des Jahres 2025 nach Erhalt der Genehmigungen anstrebt. Ebenfalls neues Geld, hier aber durch ein Projektverkauf, wird Viktoria Gold einnehmen. Durch den Verkauf des Grundstücks Clear Creek an Sitka Gold Corp erhält Viktoria Gold fast 22 Millionen Stammaktien von Sitka, was 8 Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sitka entspricht. Um die Transaktion abzuschließen, ist Sitka verpflichtet, weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 11 Millionen Dollar zu leisten. Als zusätzliche Gegenleistung wird Sitka Viktoria nach Abschluss der Transaktion eine 5-prozentige Net-Smelt-Return-Royalty auf dem Grundstück Clear Creek gewährt. Sitka hat das Recht jederzeit nach der Gewährung der NSR-Lizenzgebühr von Viktoria 60 Prozent der NSR-Lizenzgebühr durch eine einmalige Barzahlung von 10 Millionen Dollar zu erwerben. Für den Fall, dass Sitka öffentlich nachgewiesen und wahrscheinlich Mineralreserven von 2 Millionen Unzen Gold oder mehr nachweist, fehlt wiederum eine Zahlung von 10 Millionen Dollar in bar an Viktoria Gold an. Zusätzlich gab Viktoria Gold am Montag, den 24. Juni, eine ganz und gar nicht schöne Meldung bekannt. Am Montagmorgen kam es aufgrund eines Erdrutsches oder Gesteinsbruchs zu einem Ausfall des Haufenlaugungsfeldes auf der Goldmine Igel im Yukon. Es ist die einzige Produktionsstelle von Viktoria und der Betrieb ist aufgrund des Vorfalls vorübergehend unterbrochen bzw. eingestellt, während das Betriebsteam vor Ort zusammen mit dem Management die Situation weiter beurteilt und Informationen sammelt. Zu diesem frühen Zeitpunkt kann bestätigt werden, dass es zu Schäden an der Infrastruktur gekommen ist und ein Teil des Ausfalls die Eindämmung verlassen hat. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurden Gott sei Dank keine Personen verletzt. Das Unternehmen wird weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald sie verfügbar sind. Auch wir haben Stand heute keine neueren und weiteren Erkenntnisse. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity-TV-App in Deutsch und Englisch sowie alles rund um das Thema Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie einfach unseren TV-Kanal. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind Teil des SRC-Meining Special Situations Certificates und ich bin Aktionär der Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, Loica aus der Schweiz.